Wenn ich morgens aufwache, sehe ich, wie der Wind in den schneeweißen Vorhängen von meinem Fenster spielt. Die Kuckucksuhr schlägt und sagt mir, dass es sieben Uhr ist, und ich höre schon, wie Mama ruft. Steh auf, oder du kommst zu spät zur Schule. Noch im Halbschlaf antworte ich ihr, lass, lass mich bitte noch drei Minuten schlafen. Jeden Tag komme ich zu spät zur Schule, und die Lehrerin schickt mich zur Strafe aus dem Klassenzimmer. Ich bekomme sehr schlechte Noten. Nach der Schule gehen wir noch ins Café. Ich sehe mir die neuesten Partykleider in den Schaufenstern der Modehäuser an. Und all diese kleinen Dinge machen mich wirklich glücklich. Ich würde dieses ganz normale Leben gern noch einmal leben. So gern. Ich sehe mir die neuesten Partykleider in den Schaufenstern.